Ja, meine Hattest du überhaupt die Stur dafür gemacht? Der Kaninchen hört aber auch auf. Wenn er anknabbert und mir sofort... Nein, wenn wir anknabbert und sofort Micky machen, hört der aus. Weißt du was mein Herz bei mir war? Micky heißt der, Micky kommt nicht. Ach so, okay. Nee, und dann muss man auch immer mit dem Essen kommen, also irgendwas reinkommen oder so von der Küche aus. Und dann weiß er genau, dass ich irgendwie essen oder sonst was. Mein Herz sieht so wie eine Rasse. Das ist voll groß.